Sie war ihrer Zeit voraus. Sie hat Dinge getan, die vor ihr niemand geträumt hat. Sie hat Dinge gedacht, die niemand vor ihr gedacht hat. Und sie hat nicht nur geträumt und vor sich her gedacht, sondern sie ist einfach losgegangen und sie hat einfach gemacht. Und das hat sich bis heute nicht verändert und das wird sich auch nie verändern. Das ist nämlich genau der Geist, der in unsere Brust schlägt. Das ist die Motivation, die mich, mein Team, uns alle jeden Tag hoffentlich eben auch antreibt. Und zwar einfach Dinge ständig zu hinterfragen und eben auch anders zu machen.